Wir haben eigentlich ein bisschen Technik, damit ihr euch noch mal bewusst macht, wie man mit einem Gymnastikball umgeht. Weil wir haben jetzt hier keinen Handball, oder Berufsball, sondern Gymnastikball. Und darauf solltet ihr einfach auf Gleichkeiten achten. Zum Beispiel, wenn ihr an ihn zu trennen, ein bisschen lockerer kann, wenn ihr jetzt seid, und euch so ein bisschen mit dem Arm nicht nur so locker hier rumhängen, sondern zu trennen. A, wenn ihr Hüfte machen, lasst uns mit spielen, wenn ihr zum Beispiel jemand hochlassen möchtet, werft den Hüfte, streckt den Hüfte, aber wenn er runter geht, geht mit den Beinen mit, legt euch mit dem Oberkörper, lasst den Körper mitspielen, um nicht alles zu steif.